Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Wir haben wieder einen Komet-Artikel und zwar diesmal eine Fächer-Batterie, etwas größer, wie ihr sehen könnt. Ich kann mich dahinter verstecken und wir haben hier 20 mm in 25 Schuss, andersrum 25 Schuss in 20 mm. Ist aber nicht so schlimm, sie gab es im Netto für 13,99, 14 Euro. Und ich dachte mir, wir schauen mal, ob Komet noch ihr Geld wert ist, beziehungsweise Komet ist ja im Verruch geraten, beziehungsweise bei uns nicht so beliebt. Ja, da dachte ich mir, wir rollen mal mit diesem Vorurteil vielleicht auf und schauen uns einige Artikel von Komet an. Vielleicht sind sie ja ihr Geld wert, vielleicht auch nicht. Deswegen schreibt es unbedingt in den Kommentaren, wie ihr diese Artikel findet. Und vielleicht kann man ja in Zukunft auch einige Komet-Artikel bedenkenlos kaufen. Ich war so die ganzen Jahre, ich habe kein Komet gekauft, wie dem auch sei. Schreibt es in den Kommentaren, wir gehen gleich raus zur Zündung der Obsession. Sie hat außerdem noch eine NEM von 192 Gramm und wurde wie gesagt im Netto gekauft. Bis gleich draußen, zur Zündung. So Freunde, wir testen jetzt die Komet Obsession. Mal gucken, ob die Wirklichkeit schön ist für den Preis. Ich fand es jetzt nicht schlecht für das Geld. Und dann, wenn Sie da auch nicht anschließen. So Freunde, wir brauchen eine NEM von 192 Gramm. So Freunde, wir brauchen eine N iram whatever. Das Zündung war schon sehr. Man braucht es jetzt nicht die Elke 잠깐만.